Der ist da runtergesprungen. Also im gewissen Maß verstehe ich das ja, aber komplett. Du musst auf die Leiter gehen. Nice. Keine halben Sachen, nicht? Keine halben Sachen. Die Reichweite von dem ist echt mega. Du fällst da runter, mein Freund. Du wachst dich da runter? Hm. Einmal die Mine aufräumen. So muss das. Okay, da geht es jetzt runter. Ich weiß aber nicht mehr, dass es ein Minenschacht ist. Da rennen jetzt wieder drei rum. Da war das Leitersymbol, was einfach wegflog. 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 Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Nee, 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 nix daheim. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Und Nummer 3. Äh, grobes Schwedt war ich nicht. Ich hab die alle nicht durchsucht bis jetzt. Das ist ein bisschen doof. Ich dachte, dass das nur so ein Nebenschacht ist, aber es ist tatsächlich ein Hauptschacht hier. Die Butler sind mir egal. So. Ich bin jetzt auch mal langsam ins Bett. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Lindwurm. Ja, ich näher mich aber auch meinem körperlichen Ende. Das Problem da unten ist... Ja, genau das. Das sind sehr viele. Das tut zum Glück, wäre dessen nicht weh. Na komm runter. Rinn heim zum Mutti. Hast du keine Pfeile mehr, oder was ist los? Der ist tot. Der ist einfach runtergesprungen und dadurch gestorben. Tja. Das ist immer Pech, nicht? Dann gehen wir mal hier lang. Die arbeiten einfach weiter. Ja. Fleißige Mitarbeiter schräger Sklaven. Ich glaube, die, die hier arbeiten, sind eigentlich fast Sklaven. Die kriegen so ein bisschen Erz nur. Zack. Wie viele Panzerplatten brauche ich eigentlich? Du hast die Panzerplatten von Minecrawler eine Rüstung anzufertigen. Jetzt zeig die mir, wie man die Panzerplatten von... Okay. 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 Zack. Ähm... Da Kasse. Das da ist der Org. Hackel, altes Schwert. Bist du der Org, mit dem ich reden soll? Ja, ja, das habe ich gemerkt. Hat er ja gesagt, dafür hat er die Karte bekommen. Was ist geschehen? Tarok hier gefangen von blauen Soldaten. Plötzlich überall rote Soldaten. Rote Soldaten töten alles. Tarok hierhin geflohen. Rote Soldaten nicht gehen hierhin. Rote Soldaten fürchten Gahluk. Bitte helfen, Tarok verletzt. Was kann ich für dich tun? Tarok brauchen starke Medizin. Tarok sonst sterben. Was für Medizin? Gahluk mich vergiftet. Tarok brauchen Medizin. Tarok haben Medizin, aber Tarok verlieren. Tarok nicht finden. Was bedeutet Gahluk? Seien große Tiere auf vielen Beinen. Gahluk gefährlich. Orks und Menschen fressen. Du meinst wohl die Minecrawler hier unten? Ja. Du sprichst unsere Sprache. Tarok schon lange Sklave von Menschen. Tarok gut zuhören. Bist du ein Freund von Urshak, dem Schamanen? Urshak waren Sklave wie Tarok. Urshak gelaufen weg. Seien viele Winter her. Dein Freund sagte, du könntest mir ein Ulumulu machen. Ein Ulumulu. Tarok ohne Medizin sterben. Fremder bringen Medizin. Dann Tarok helfen. Hier. Ich habe deine Medizin geholfen. Fremder nicht böse wie andere Menschen. Fremder gut. Tarok schulden Dank. Kannst du mir jetzt einen Ulumulu geben? Fremder helfen Tarok. Also Tarok auch helfen Fremder. Fremder brauchen Krotak, Kastak, Dwachkar und Ortantak. Fremder bringen, dann Tarok machen. Ulumulu. Schön. Ich habe viele davon verkauft. Was ist denn Krotak? Scheiße. Seine Flammenzunge. Seine Zunge von Feuerechse. Ach so. Was bedeutet Katztak? Sein Horn von Schattenläufer. Horn spitz wie Dolch und hart wie Stein. Dwachkar? Was ist das denn? Seine Zähne von Sumpfhai. Wenn Zähne beißen Opfer, dann nie wieder loslassen. Was ist ein Ort am Tag? Hauer von großes Troll. Machen großes Löcher in Beute. Wo finde ich eine Feuerechse? Feuerechsen in Heimat leben. Heimat von Tarok. Fremder suchen müssen. Auch können finden Feuerechse auf Sand bei Meer. Mhm. Wo finde ich Sumpfhaiie? Viele Sumpfhaiie bei Lager von Menschen. Lager in Sumpf natürlich. Wo finde ich einen Troll? Troll leben in Bergen. Troll leben viel Platz. Fremder gehen suchen in Nordberge, aber passen auf auf Faust von Troll. Faust treffen, dann Fremder fallen von Berg runter. Okay. Ich muss weiter. Fremder kommen wieder. Ich muss mir aber dann wahrscheinlich... Muss ich mir erst irgendwie beibringen lassen, die auseinanderzunehmen. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Dies war ein Tickchen zu weit. Sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Na, alles gut. Gut. Ich cleare jetzt noch die Mine, dass die wieder sicher in Anführungszeichen ist. Dann würde mich die Rüstung noch interessieren. Und das Sammeln von den Einzeldingen machen wir dann beim nächsten Mal. Ist auch schon wieder 20 vor 2 hier. Ist auch schon wieder 20 vor 2 hier. Na komm. Gut, jetzt habe ich mal den, ich dachte eigentlich kleinen Nebenschacht und das war eigentlich der Hauptschacht, wo ich hin musste. Da geht es noch hin und hier geht es runter. Aber hier kämpfen nur Minecrawler. Das heißt, das ist wahrscheinlich ein Nebenschacht. Oder das ist ein Nebenschacht. Komm, steh auf mein Freund. Wofür braucht man Leitern? Ach. Nicht wenn man Akrobat geskillt hat. Hm. Zack, zack, zack. Ah, Freikräuter. Wir haben jetzt jetzt einen Troll hier gesehen. In der anderen Höhle waren es mehr als eine. Gut, aber die andere Mine war auch deutlich größer. Zack. Souverän gemeistert, Junge. Wie er einfach runter in den Tod gesprungen ist. Hallo, jemand aus dem alten Lager ist verstorben und dein Name wird dabei erwähnt. Was? Halt die Stellung, ich werde erstmal die Lage prüfen. Ist gut. Ich warte am Mineneingang und sorge dafür, dass dir niemand in den Rücken fällt. Ach so. Bis später. Ach, du meinst wahrscheinlich den hier, oder? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass er den meint. Okay, jetzt bin ich ganz kurz überfragt. Ist die Mine gecleared, oder was? Das ist der andere, da waren wir schon. Da waren wir. Der da oben arbeitet ganz fleißig. Da unten waren wir ja auch. Ich habe noch nie. Ich habe noch nie. Ich habe noch nie Hügel. Ich habe noch nie. Ich habe noch nie hier, oder? Ich habe noch nie auf Leben, ich habe noch nie. Ich habe noch nie, was ich wäre. Ich habe mich viele. Ich habe noch nie, was ich weiß. Danke, du meinst. Da unten war ich echt nicht. Ja, du meinst du kannst. Das ist die G Geefisch. Ich kann mich sicher. Äh, Pidivus? Okay. Zack. Zack. Mädchen. Na komm schon, ja. Das war nicht der Plan, aber es okay, hat geklappt. Da war auch unser Orkfreund. Also wir sind jetzt einmal grandlos im Kreis. Ja, okay, war es das jetzt? Ich glaube, ja. Keine Katistchen mehr unterwegs. Dann gehen wir mal raus, nicht? Wenn ich den Weg raus jetzt so einfach finde. Oh, Gottes Willen. Ich hau rein und immer fest draufhauen. Alles klar, Kossik. Ich versuche es. Versuche ganz fleißig immer draufzuhauen. Da ist noch einer. Lass dich nicht stören bei der Arbeit. Lass dich nicht stören bei der Arbeit. Blutiger Machtwechsel. War das jetzt hier? Bin ich doof? Wo war noch der Weg? Muss ich eine Leiter hoch? Du bist neu. Und noch ungetötet. Ich glaube, Gomez wird nicht glücklich mit uns sein, wenn er uns nochmal sieht. Doch. Ich glaube, es ist glücklich mit uns sein. Da ist unser Org-Freund. Tja, den Weg aus der Mine rausfinden. Nein, ich bin... Gestaltet sich nicht so einfach. Hm... Das sieht besser aus. Huch! Hallo, du hast einen Kumpel von mir ausgenockt. Was sollte das? Was? Endlich geht es weiter. Geh voraus, ich folge dir. Auf in den Kampf! Muss ich den noch mitnehmen? Gothic-Club, muss ich hier noch irgendwas machen? Gibt es da eine Mission, die beendet wird? Oder ist das einfach nur... Du kommst hier rein, hast Unterstützung und kannst bis zum Org kämpfen. Du warst am Ausgang, alles gut. Ja, dann gehen wir einfach wieder raus. Vielleicht redet er dann eben mit uns. Oh Mann. Das war ein wirklich beinharter Kampf. Hätte nicht gedacht, dass Gomez-Gardisten so viel Widerstand leisten. Die Hauptsache ist, dass wir sie wieder aus unserer Mine vertrieben haben. Ich werde hier bleiben und dafür sorgen, dass das auch so bleibt. Wie ist die Lage? Alles ruhig. In der freien Mine rührt sich nichts. Es kann nicht mehr lange dauern, bis Lee die Verstärkung hier hoch schickt. Solange werde ich es mir hier gemütlich machen. Okay. Bis später. Bis später. Ich laufe hier nicht zurück. Ich bin ja nicht bescheuert. Ähm... Wolfi, Wolfi... Oh, Schriebelitschupp. Mal wieder alle Knochen richten. Quatsch wird viel. So, ich habe alle diese Wiche getötet. Das heißt, das müsste... Wenn du meinst, dann darf ja auch nicht alles glauben, was man hört. Ich habe jede Menge dieser Mindcrawler-Panzerplatten eingesammelt. Fantastisch! Ich werde mich gleich an die Arbeit machen. Wie lange wirst du dafür brauchen? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Das ist eine komplette Neuentwicklung, Mann. Schau einfach ab und zu bei mir rein, wenn du in der Nähe bist. Okay. Wie weit bist du mit der Rüstung? Dauert noch, Mann. Diese Platten sind verdammt harter Tobak. Ich habe noch keinen Weg gefunden, sie aneinander zu befestigen. Gib mir noch etwas Zeit. Okay. Kann ich das durchschlafen? Geht das? Das war jetzt effektiv zwei Tage. Aber ich weiß gar nicht, ob das Spiel so eine Mechanik hat dafür. Wie weit bist du mit der Rüstung? Dauert noch, Mann. Gib mir noch etwas... Okay, ne. Er sagt dann immer genau das Gleiche. Also... Das wäre schon suspekt. Das mit Wolf geht kapitelmäßig. Okay, das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht. So, ähm... Die Moin Crawler. Blub, blub, blub. Wir müssen den Weg in den Schläfertempel. Wir müssen das Ulu Mulu bekommen. Und das machen wir beim nächsten Mal. Speichern. Äh... Ulu... Mulu. Ulu... Hehehehe ... Hää! Amen.